Adobe Illustrator hat auch ein Update in der Creative Cloud erhalten auf die Version 2019. Das ist die 23. Version von Adobe Illustrator. Ich zeige Ihnen auch kleine Filme mit meinen Highlights von den Neuerungen. In diesem Film das User-Interface, dann die globalen Bearbeitungen, die Freihandverläufe, alles rund um Fonts, Werkzeuge, das Formgitterwerkzeug, das Breitenwerkzeug und dann noch den Präsentationsmodus. Ich fange an mit dem User-Interface. Wenn Sie bei Illustrator unter Voreinstellungen gehen, ich gehe mal unter Allgemein, sieht das eigentlich noch gleich aus. Bei der Benutzeroberfläche hat sich etwas geändert und zwar sieht man das hier mit diesen Sachen. Ich kann mir die Werkzeuge grösser oder kleiner darstellen lassen. Das Ganze geht erst, wenn ich den Illustrator neu starte. Das ist aber nicht das Highlight. Das Highlight ist eigentlich das, dass das Ganze automatisch geht. Also je nachdem, was ich für einen Monitor habe, passt sich das Ganze an. Also wenn ich im Hintergrund noch einen zweiten Monitor angeschlossen habe, ändert sich die Grösse der Werkzeuge flexibel. Und das ist recht gut gemacht. Ein kleines Update, aber das können Sie sicher brauchen.